Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest ein wenig Pep anzunehmen bei Apotheker Citars in Divis Fall an dieser Stelle. Vor Quest war quasi Gequizlis und jetzt geht es ins Questgebiet. Eventuell kennt ihr schon das Questgebiet, vielleicht seid ihr da schon ein paar mal durchgelaufen. Wir brauchen auf jeden Fall Spinnen, viele Spinnen. Und zwar müssen wir heimtückisches Nachtweber Spinnengift finden, vier Stück. Mal schauen wie die Drop Chance ist. Einfach hier durchlaufen zwischen diesen zwei Hügel und hier seht ihr schon mal Spinnennetze. Heimtückischer Nachtweber. Attacke. Da ist noch einer. Und da habe ich schon ein Quest-Item von zwei Mobs. Drop Chance scheint nicht sehr gut zu sein. Jetzt habe ich erst mein zweites Quest-Item. Ich küsse noch diese Mobs an. Den muss ich noch looten. Hoffentlich ist da ein Quest-Item drin. Jawohl. Und theoretisch müsste hier auch eins drin sein. Offenzeihe ich. Ah! Verrückt. Gut. Dann ist die Quest bereit zur Abgabe. Ähm, ich glaube ich muss da lang. Hoffe ich. Kann man irgendwie sonst abkürzen? Ich glaube nicht. Leider ist mein Mount nur 60% schnell. Hat noch keine 100. Wähle noch 7 Level. Zumindest ist es so während des Batches 10.5 oder so. Also in Dragonfly. Und fliegen ist ab 40 glaube ich. Zumindest der Schnelle. Das Langsame ist ab Stufe 30. Aber ich bin auch schon gleich da. Hätte es sich gelohnt das Video zu unterbrechen. Aber gut. Jetzt ist es halt ganz zusammenhängend. Quest ist abzugeben bei Apotheker Zitters. In Tivis Fall. An dieser Stelle. Ich hoffe mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dazu blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnier-Knopf ein. Und in den Kommentaren gibt es den Link zu meinem Twitch-Kanal. Könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.